Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach, direkt neben Heißbock im Nürnberger Land, im Jahr 127, heute aus unserer neuen Rotweinküche in unserer Ausstellung. Über eine andere neue Küche haben wir bei Kunden ein Video gedreht, das nicht nur deren Massivholzküche zeigt, sondern vor allem, warum unsere Arbeit vom Waldbistum Kunden so viel Freude macht. Vom 10. bis zum 12. Juni sind unsere Werkstatttage, sowohl für das Werkstattdinner am Freitag, als auch die Lesung am Samstagabend gibt es noch Karten, allerdings können wir nicht ganz genau abschätzen, wie viele Steaks der gerade im Salt-Ager reifende Hutang-Oxyl für Sie bereithält. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Steak-Reservierungen nur noch über die Warteliste annehmen können. Aber zu essen gibt es natürlich was, halt von der Nase bis zum Schwanz, denn das ist ja auch die Botschaft, Nose to Tail auf Neudeutsch, die wir mit dem edlen Fleisch unserer Hutanger pflegenden Rinder verbreiten wollen. Aber besuchen Sie uns auch tagsüber an beiden Tagen der offenen Tür, machen Sie mit beim Sous-Vide-Koch-Workshop am Samstag um 14 Uhr oder bei der Hutanger-Führung mit anschließender Verkostung am Sonntag um 11 Uhr. Eine Woche vorher, am Samstag, den 4. Juni, machen rund 20 Porsches 356 auf ihrer Rundfahrt zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr bei uns Station und ihre Fahrer und Fahrerinnen freuen sich, wenn sich auch Gäste für diese legendären Oldtimer interessieren. Außerdem ist das neue und wirklich beeindruckende Sofa-Wing endlich in unserer Ausstellung. Die Relax-Sessel gibt es zum günstigsten Stoff- oder Lederpreis und einige Kühlschränke und ein Kinderscheid müssen Platz in der Ausstellung machen. Der Text des Liedes von The Rose and Crown, Time is Running Out, passt hervorragend zu unseren Vorbereitungen für die Bergische Tage. Deswegen würden wir uns wahnsinnig über Ihre Anwendung freuen. Bis bald!